Vers 54 Ich verehre den urersten Herrn, Govinda, der alle fruchtbringenden Werke derer, die ihm mit Hingabe dienen, bis an die Wurzel verbrennt, und der an alle, die auf dem Pfad fruchtbringenden Tuns wandeln, die Früchte ihrer Handlungen im Einklang mit der Kette ihrer früheren vollbrachten Werke gerecht verteilt. Dabei wird das winzige Insekt, das den Namen Indra-Gopa trägt, nicht weniger beachtet als Indra, der König der Devas. Erläuterung Gott ist neutral und veranlasst die gefallenen Seelen, entsprechend den in ihren früheren Geburten vollbrachten Werke zu handeln und die Früchte ihrer Bemühungen zu genießen. Aber aus seiner großen Barmherzigkeit mit denen, die sich ihm weihen, beseitigt er durch das Feuer der Prüfung die Wurzeln allen Karmas, Unwissenheit und üble Wünsche. Zwar hat Karma keinen Anfang, aber es ist dennoch vergänglich. Das Karma derjenigen, die mit der Hoffnung auf den Genuss der Früchte ihrer Arbeit tätig sind, ist beständig und endlos und wird niemals vernichtet. Sanyasa ist ebenfalls eine Art von Karma, nämlich das Karma eines Ashrama und bereitet Krishna keine Freude, wenn es Befreiung, das heißt das Einswerden mit dem Höchsten zum Ziel hat. Folglich ernten auch Sanyasis die Früchte ihres Karma. Und selbst wenn sie keine eigenen Interessen verfolgen, so endet ihr Karma dennoch in Atma Mamata, Freude am eigenen Selbst. Diejenigen aber, die reine Gottgeweihte sind, dienen Krishna fortwährend, indem sie seine Sinne erfreuen. Sie haben alle mit Karma und Jnana verbundenen Bestrebungen aufgegeben und sind frei von allen Wünschen, außer dem Wunsch, Krishna zu dienen. Krishna hat das Karma solcher Geweihten ihre Wünsche nach fruchtbringendem Tun und jede Unwissenheit vollständig vernichtet. Dass Krishna, der eigentlich neutral ist, sich so sehr um seine Geweihten kümmert, gibt Anlass zu großer Verwunderung.